Wir befassen uns jetzt mal in dieser Sendung mit der Luftreinigung und vielleicht sind Sie auch davon betroffen, dass Sie eine Pollenallergie haben. Also ich weiß das aus meinem nächsten Familienkreis, denn mein Bruder, der leidet da immer ziemlich drunter und das beginnt dieses Jahr auch schon richtig früh, da wir wirklich einen sehr, sehr milden Winter hatten. Und da ist auch jetzt schon richtig viel am rumfliegen. Ich kriege das bei Ihnen mit, aber Sie kennen das bestimmt auch. Vielleicht betrifft es Sie auch selber. Aber dann haben wir natürlich auch noch ein weiteres Thema, nämlich den Schimmel. Und da haben wir jetzt wirklich alles für Sie vorbereitet in dieser Sendung. Und damit kann man einfach mal die Wohnung oder auch das Haus ausstatten, die Räume und dann kann man so manches einfach verhindern und mal wieder richtig gut durchatmen. Ja, richtig gut durchatmen. Darum geht es. Und gerade im Frühjahr, Ralf, du kennst das auch, haben viele Leute eben diese Schwierigkeiten wegen den Pollen. Du hast vorhin gesagt, Laubbäume sind im Moment so. Ja, also ich habe heute mal geschaut. Ich bin Gott sei Dank kein Allergiker. Ich kenne genug, die jetzt schon anfangen. Die Haselnuss ist, glaube ich, immer das Erste. Also die Hasel. Aber jetzt habe ich mal geschaut. Die Erle, die Pappe, die Esche, die Weide, die Ulme. Also eigentlich alle Laubbäume fangen jetzt an, ihre Pollen zu verteilen. Und da sind viele Allergiker jetzt wirklich schon an ihrem Limit, ja, mit den dicken Augen, der dicken Nase. Und da kannst du nichts dagegen machen. Sehr unangenehm. Das ist unglaublich unangenehm. Jetzt können wir das aus der Luft draußen nicht rausfiltern. Aber mit diesen Geräten können wir uns zumindest zu Hause eine Wohlfühloase schaffen. Und das halte ich für ganz wichtig. Das eben war Raps. Der wird auch nicht mehr so lange gehen. Und das ist ja, den siehst du auch noch. Das ist immer das Brutalste. Also ich habe Freunde, für die ist so ein Rapsfeld ein Albtraum. Das ist wirklich so, sobald die das sehen, kriegen die schon eine feuchte Nase und rote Augen. Es ist wirklich sehr, sehr furchtbar mit dieser Pollensaison, die jetzt gerade anfängt. Man kann aber vorsorgen mit unseren Luftreinigern. Alle Luftreiniger, die wir Ihnen jetzt zeigen, haben einen Ionisator drin. Und der bindet eben hier zum Beispiel Staub, Pollen, Keime, alles Mögliche, was bei uns so in der Luft rumfliegt. Wir atmen ja jeden Tag 15.000 Mal ungefähr. Ein- und aus, habe ich nachgeguckt. Bei Kindern kann das sogar doppelt so viel sein. Überlegen Sie mal, die Menge an Luft, die wir ein- und ausatmen und was wir da alles einatmen vor allem. Also gerade Staubkeime, Pollen sind da natürlich ganz, ganz vorne. Hier haben wir einen fantastischen Luftreiniger mit Ionisator und Gebläse. Den können Sie ganz einfach irgendwo hinstellen. Der braucht auch kaum Strom. 3,2 Watt, das ist also wirklich vernachlässigbar. Und der reinigt dann die Luft für Sie durch diesen Ionisator. Ionisator bedeutet, dass die Luft hier mit Anionen angereichert wird und das bindet eben diese ganzen schädlichen Sachen, die Allergene enthalten, die Allergien verursachen können und eben auch Heuschnupfen. Ich gebe dir mal einen davon. Der sieht ja auch sehr elegant aus, also passt in jeden Raum rein. Kann man einfach reinstellen und dann Kinder leicht zu bedienen. Wir haben nur einen Knopf unten für den Ionisator und für den Ionisator mit Gebläse. Und das ist sehr, sehr effektiv. Du nimmst ja schon mal, das ist ganz wichtig, Sie haben keinen Filter, den Sie nachkaufen müssen. Das sammelt sich alles auf diesem Metall da. Das zieht den Staub und die Pollen und alles an. Und den müssen Sie ganz einfach ab und zu mal sauber machen. Ist also kein Verbrauchsmaterial, sondern kann immer wieder verwendet werden. Hier sehen wir mal so ein Experiment, was Sie gemacht haben. Ja, zwar in einem geschlossenen Zylinder, da war ich sogar live dabei. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben geschaut, schafft er das. Und ihr werdet jetzt gleich überrascht sein, jetzt wieder eingeschaltet. Und dann passt man auf. Der elektrostatische Filter übrigens, das haben wir früher bei den Mattscheiben, bei den Fernsehern immer so gehasst, dass der Fernseher den Staub angezogen hat. Man weiß das noch. Hier ist es natürlich gewollt und so hat man eben eine saubere Luft. Schauen Sie sich das an. Das ist irre, ne? Ja, also du siehst, übrigens auch in Zimmern, wo geraucht wird, kann das auch sehr hilfreich sein. Ja, das bindet eben auch Geruchspartikel, ist ganz, ganz wichtig. In Zimmern, wo geraucht wird, in der Küche, vielleicht im Vorraum, wo die Leute alle ihre Schuhe abstellen, bindet das also auch Gerüche. Ich habe eine Zuschauerzuschrift gelesen, der hat das, wenn er staubsaugt, macht er den an und hat selber festgestellt, dass dadurch eben die Luft deutlich besser ist danach. Weil halt gerade Staubsaugen auch viel Staub in die Luft wirbelt. Also er fängt den nicht nur ein, sondern wirbelt den eben auch durch die Luft. Da ist sowas richtig, richtig klasse, dass sie hier eben saubere Luft eben bekommen. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, als wenn man draußen nach dem Regen ist. Da ist es so ähnlich dann in der Natur, was hier diese Luftreiniger machen. Und da haben wir absolut saubere Luft, weil Wasser den ganzen Staub aus der Luft auffängt. Und hier hat man eben wirklich ein kleines, elegantes Gerät für nicht viel Geld, was eben Gerüche bindet und ihnen saubere Luft macht. Denken Sie dran, 15.000 Mal ungefähr atmen wir ein und aus jeden Tag. Das ist eine ganze Menge Luft. Und hier, wenn Sie Raucher im Haushalt haben oder irgendeinen Raum haben, in dem Sie gerne rauchen, stellen Sie den einfach mal mit dazu, schalten den ein und dann werden auch die Gerüche gebunden. Was ich interessant finde, gerade mit diesem Ionisator, Autoaufbereitsche, also die Gebrauchtwagen, wie da fast wie Neuwagen machen, die arbeiten auch mit Ionisatoren, damit der Innenraum geruchsneutral wird. Also da sieht man, wie wirkungsvoll die sind. Was ich noch beeindruckend finde, ich sitze jetzt keinen Meter weg und man hört das Gerät nicht. Das ist so gut wie geräuschlos. Es ist absolut, wirklich, also es ist wirklich geräuschlos. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache auch. Gerade jetzt in Räumen, wo man mal Ruhe braucht. Es haben Sie hier also kein starkes Gebläse wie so ein Ventilator, der dann noch alles laut durch die Gegend rattert hier. Der ist wirklich ziemlich geräuschlos und der ist einfach zu bedienen. Für kleines Geld können Sie ja enorme Lebensqualität gewinnen, indem hier eben die Luft gereinigt wird, bevor Sie sie einatmen. Es ist wirklich ein großer Unterschied. Hier sehen wir das nochmal, wie die Luft da gereinigt wird. Und damit haben Sie saubere Luft zum Atmen. Dann das für gerade mal 26,59 Euro. Also Sie sehen, nicht nur für Pollenallergiker, also für Menschen mit Heuschnupfen geeignet, die sich hier so eine Wohlfühloase schaffen wollen, sondern eigentlich für jedermann, für jeden Wohnraum. Die Bestellnummer hier, die NC53528 und die 569, ich möchte das nochmal unterstreichen, was Ingo gerade gesagt hat, 3,2 Watt maximaler Stromverbrauch. Also das können wir wirklich vernachlässigen. Das ist ja heutzutage bei den Strompreisen nicht ganz unwichtig. Und hier sehen wir mal, gegen was das alles hilft. Jetzt haben wir noch den größeren Bruder, einmal für größere Räume, aber auch noch mit einer Zusatzfunktion. Ja, Sie sehen die beiden hier nebeneinander. Der Unterschied ist, dass der größer ist und damit eben für größere Räume. Hast du gut erkannt, Ralf. Hier vom Prinzip her genau das Gleiche. Wir haben hier oben im Bedienfeld, haben wir den Ionisator, wir haben ein zuschaltbares Gebläse, aber das ist wirklich so ruhig, dass Sie das auch wieder nicht hören. Und hier oben können wir auch noch UV-Licht dazu schalten. UV-Licht tötet Viren und Bakterien. Das heißt, die Luft, die hier rauskommt, ist nicht nur staubfrei und pollenfrei, sondern eben auch bakterien- und virenfrei. Ich zeige Ihnen mal den Filter, das ist nämlich genau das gleiche System. Wir haben hier wieder diese Metallblöcke, sage ich mal, die das statisch eben alles anziehen. Einfach unterm Wasser mal abspülen ab und zu, dann haben Sie hier also auch wieder keine Verbrauchsmaterialien. Cool ist halt hier, dass wir einen größeren Raum damit machen können und dazu zusätzlich noch diese UV-Lampe drin haben. Das macht noch mal einen größeren Unterschied. Da kamen Sie noch mal bessere Luft. Ich habe auch oft gehört, dass Leute, die schnarchen, eben auch schnarchen, weil sie tatsächlich hier Bakterien und Staub und sowas alles einhandeln. Das kann dafür auch helfen. Probieren Sie es einfach mal aus. Und gerade zu dem Preis kann man sich hier wirklich saubere Luft kaufen. Ja, und hier sehen wir mal einen Artikel zur Desinfektion mit UV-C-Starnung, was hier drin ist. Das ist im Gerät wichtig, dass Sie die UV-C-Strahlung nicht unbedingt direkt abbekommen. Aber da wird natürlich hierauf beruht, die Fähigkeit, Bakterien und Viren abzutöten. Übrigens in der Wasseraufbereitung. Und da würde ich sagen, haben wir in Deutschland wirklich eine sehr, sehr gute. Wird dieses UV-C-Licht ebenfalls verwendet. Da sieht man mal, wie effektiv das ist. Ja, und es ist wieder ein sehr elegantes Gerät, was Sie einfach ins Wohnzimmer, in die Küche, egal wo hinstellen können. Es bindet Gerüche. Auch ein großer, großer Punkt. Sie kennen das auch, wenn man einmal kocht. Ich habe in Bremen, habe ich vor vier Wochen mal Knipp gekocht. Die Bremer wissen, was das ist. Es ist so ein Fleischbrei. Schmeckt unglaublich gut. Wie heißt das? Knipp. Kennst du das? Nein. Das kennt man nur in Bremen. Das sagt man auch in Oldenburg. Aber das ist ein ganz tolles Gericht. Muss ich mal mitbringen. Aber geruchsintensiv, nehme ich jetzt mal an. Sehr geruchsintensiv. Von Brustes braten. Ja, alles drin. Alle guten Sachen sind drin, natürlich. Aber die Küche riecht dann drei Tage, ganz einfach. Mit sowas ist das also perfekt für die Küche geeignet, natürlich auch. Vielleicht, wo Sie Ihre Sportsachen immer hinlegen, wo Schuhe sind. Im Keller auch ganz, ganz wichtig. Da bilden sich ja auch durch Feuchtigkeit immer Bakterien, die dann eben tatsächlich auch zu schlechter Luft führen können und zu Stockflicken für Sachen, die Sie da im Keller unterbringen. Ich finde das enorm wichtig hier, dass man hier für saubere Luft sorgt. So sieht Knipp aus. Guck mal, haben Sie gerade rausgesucht? Ja, das kaufst du in so einem Schlauch und das ist dann so ein Fleischbrei. Anders kann man es nicht nennen. Der wird dann scharf angebraten. Kriegt schon wieder Hunger hier. Optisch hätte ich jetzt gesagt Haschi. Aber okay, gut. Jeder sein eigenes Rezept. Vielleicht essen wir es mal gemeinsam. Aber es ist kein Problem mehr, wenn Sie es demnächst machen. Auch wer gerne mit Knoblauch kocht. Oder was ich auch schlimm finde, wenn jemand eine Fritteuse in der Küche hat, du machst mal Pommes. Das ist ja lecker. Aber den Fettgeruch, den bekommst du stundenlang nicht aus. Ja, wenn es kocht, freut man sich drauf. Man mag den Geruch. Und dann hat man gegessen. So eine Sache, ne? Deshalb am besten jetzt direkt hier zugreifen. Auch hier haben wir wieder einen super TV-Sonderpreis. 50,34 Euro für unseren Luftreiniger. Luftreiniger mit Ionisator und eben auch diesem UV-Licht. Was wirklich richtig toll ist, um eben auch diese Bakterien hier abzutöten. Einfach diese Desinfektion. Was ich auch wirklich super finde, ist sich so ein Gerät mal in Schlafzimmer zu stellen, weil die ja eben auch nicht laut sind. Vielleicht wohnen Sie auch in der Stadt und wollen dann trotzdem jetzt so im Frühling, im Sommer das Fenster aufhaben. Und das ist natürlich dann auch eine richtig gute Sache. Also am besten hier direkt zugreifen. Gerade natürlich, wenn man in der Stadt wohnt, da sind ja auch die ganzen Abgase und so dann vielleicht auch mal in Ihrem Raum. Aber jetzt haben wir hier noch mein Lieblingsprodukt aus dieser Sendung. Der gefällt mir sehr gut. Ja, wir haben hier einen Luftreiniger, der auch wieder hervorragend funktioniert, hier mit Ionisator. Der hat sogar einen HEPA-Filter drin, der also noch mehr Feinstaubpartikel aufsaugt. Aber es ist gleichzeitig ein Entfeuchter noch. Also bessere Luft kann man zu Hause nicht haben. Luftfeuchtigkeit ist ein großes Problem. Es ist noch kalt. Das heißt, Sie heizen drin. Draußen ist es kalt. Da bildet sich natürlich an den Wänden, das heißt an diesen sogenannten Kältebrücken, wo kalt auf warm zusammentrifft, Feuchtigkeit. Und das kann zu Schimmel führen. Und dieser Schimmel ist auch ein großer, großer Initiator von Allergenen, von Krankheiten. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Schimmel ist ganz, ganz schlecht und auch teilweise gefährlich. Hier mit diesem Luftentfeuchter und Luftreiniger haben Sie so ein All-in-One-Gerät, was also sowohl die Luft sauber macht, als auch die Feuchtigkeit einfängt. Da unten ist der Wasserbehälter. Sie sehen das da? Das ist eben, da wird das Wasser gesammelt und dann haben Sie hier tatsächlich 750 Milliliter können Sie damit einfangen. Einfach alle ein, zwei, drei, vier Tage, je nachdem, wie feucht der Raum ist, mal ausleeren. Und Sie haben nicht nur saubere Luft, sondern eben auch keine feuchte Luft mehr. Ich meine gerade jetzt, man soll ja, sagt man, fünf bis sieben Mal am Tag Stoßlüften. Das ist wirklich eine Empfehlung, die ich gelesen habe. Aber wer macht das denn heutzutage? Die Heizungsluft, die wir drinnen haben, die warme Luft, ist enorm teuer. Die haben wir teuer bezahlt. Und die wollen wir nicht einfach so zum Fenster rauswerfen. Also macht man dieses Stoßlüften schon deutlich weniger und dadurch bildet sich halt diese Feuchtigkeit. Das Gerät hier ist auch wieder kinderleicht zu bedienen. Schauen Sie, hier oben ist das Bedienfeld, wo wir eben den Ionisator, den Luftreiniger und auch den Entfeuchter einzeln anstellen können oder alles zusammen. Was Sie aber auch machen können, ist hier. Sie kriegen eine kostenlose App dazu, mit der Sie dann ganz, ganz einfach das vom Handy aus steuern können. Sie können auch Zeitpläne einstellen, dass Sie meinetwegen, bevor Sie schlafen gehen, ein, zwei Stunden die Luft reinigen, bevor Sie ins Zimmer gehen. All diese Sachen hat dieses fantastische Gerät. Dazu ist er noch sehr, sehr schick und deswegen gefällt er dir besonders gut noch. Ja, richtig. Ich finde, von der Optik passt er in jede Einrichtung. Ich finde ihn auch super klein und platzsparend, aber die Leistung ist einfach enorm stark und sehr, sehr groß. Also das finde ich wirklich super. Sollte man einmal investieren. Werde ich mir jetzt auch auf jeden Fall zulegen. Ich bin ja auch gerade umgezogen und da möchte ich auch nicht, dass irgendwo dann auch noch Schimmel oder so kommt. Finde ich super. Das ist ja auch schlimm mit Schimmel. Selbst wenn irgendwo mal ein Ansatz war, man hat ihn weggeputzt. Die Poren, die sind noch in der Luft. Die kriegst du ja nicht so schnell raus. Und das wird hier eben gereinigt. Also da ist natürlich Handlungsbedarf, aber da reicht ein einfacher Luftreiniger nicht mehr. Aber selbst wenn das beseitigt ist, hat man wahrscheinlich noch Wochen und Monate lang Sporen in der Luft. Und dann ist das ganz wichtig. Die Pollen sind unterwegs, das sowieso, die werden hier auch eliminiert. Und wenn Sie dann wirklich noch langfristig Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, durch sogenannte Kältebrücken, die Ingo gerade erklärt hat, dann macht es natürlich Sinn, hier regelmäßig einen Luftentfeuchter auch einzusetzen, dass eben in Zukunft die Schimmelgefahr zumindest minimiert ist. Denken Sie dran, wie oft Sie ein- und ausatmen am Tag. Das atmen Sie alles ein. Das landet alles in Ihrem Körper. Das muss nicht sein. Sie können sich hier mit einem unserer Luftreiniger oder hier sogar dem Topmodell, was wir Ihnen nur vorstellen, wirklich für deutlich sauberere Luft sorgen und damit so viel Ärger vermeiden. Er ist natürlich auch sehr, sehr leise. Vielleicht haben Sie auch einen Raum, der sowieso immer feucht ist. Ich denke da so an Badezimmer ohne Fenster. Gibt es sehr, sehr häufig noch. Da lässt man dann in den Lüfter laufen, lässt die Tür auf. Aber in dem Moment, wo man diese schwarzen Punkte sieht an der Wand, da ist es eigentlich schon fast zu spät, weil das ist das letzte Stadium von so einem Schimmelbefall. Davor ist das schon alles in der Wand. Und das ist eine Sache, die man wirklich nicht haben will. Es verursacht schwere, schwere Gesundheitsschäden. Schimmel kann das verursachen. Nehmen Sie sich ein Herz hier, holen Sie sich diesen tollen Luftreiniger und Entfeuchter. Damit sorgen Sie vor und haben dann eben diese saubere Luft. Was du gesagt hast, Moni, du hast ja in Göttingen auch in der Stadt gewohnt. Ja, richtig. Da ist die Belastung, wenn man das Fenster aufmacht, natürlich allein schon durch die Autoabgase und Lkw-Abgase immer höher. Das merkt man dann auch irgendwann. Ja, das merkt man. Und deshalb, wenn man einfach dann mal nicht im Raum ist, einfach hier diesen Luftreiniger laufen lassen. Das finde ich eine super Sache. Und wenn man dann einfach zum Beispiel abends, kurz vorm Schlafen geht, macht man den an. Und wenn man dann schlafen geht, dann macht man ihn wieder aus. Aber man weiß einfach, man kann jetzt mal richtig durchatmen in der Nacht. Die Luft ist gereinigt. Das finde ich wirklich super. Aber auch gerade, was natürlich die Pollenallergie angeht. Ich kenne das, wie gesagt, von meinem Bruder sehr, sehr gut. Der leidet da wirklich extrem stark drunter. Das ist wirklich eine super Erleichterung, gerade für die Menschen, die es vielleicht auch betrifft. Ja, man mag ja gar nicht das Fenster aufmachen, weil man genau weiß, draußen sind die ganzen Pollen. Wenn dann noch der ganze, Sie sehen es ja an den Scheiben auch, wenn dann der Rapsfilm da draufkommt. Ja, oder so gegen die Sonne. Da sieht man es auch immer richtig doll. Wir sind in einem staubigen Land und da kann man hier eben wirklich mal, und bollenreichen Land, da kann man hier wirklich gegensteuern und sollte vor allem auch gegensteuern. Hier für gut 120 Euro, holen Sie sich den, stellen Sie vielleicht einen in jeden Raum. Das ist unser Topmodell, was wir Ihnen hier zeigen. Das ist ein Horrorfilm für Leute, die Heuschnupfen haben, dieses Rapsfeld. Und hier sieht man es mal in der Luft. Ist das nicht beeindruckend? Das atmen wir alles ein. 15.000 Mal am Tag. Und dann ist es kein Wunder, wenn die Nase verstopft ist und wir niesen müssen. Also gegen die Luft da draußen können wir nichts tun. Die Pollen sollen auch fliegen. Die sind ja auch notwendig. Aber in unseren eigenen vier Wänden können wir uns eine Wohlfühloase schaffen und nicht nur Pollen bekämpfen, vielleicht auch verschiedene Krankheiten, die von einem zum anderen weitergegeben werden. Man kennt das von Familien. Die Kinder bringen es aus der Schule, dann wird die Mama angesteckt, dann die Geschwister, dann der Papa. Kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen minimieren, indem man eben solche Luftfilter, hier Luftreiniger einsetzt. Die Bestellnummer hier für unser größtes Modell mit der WLAN-Fähigkeit und mit dem Luftentfeuchter. Das ist die NX3291 und die 569 und kostet gerade mal 123,49 Euro. Und ich glaube, das sollte es einem wert sein, die höhere Lebensqualität. Aber auch wenn Sie nicht unter Allergien leiden, ist das mit Sicherheit kein Fehler, sich sowas nach Hause zu holen. Wir wollen ja auch die möglichst sauberste Luft hier eben einatmen. Und ich glaube, unser Bedürfnis zur Grundsauberkeit ist recht hoch in Deutschland. Aber die Luft, die können wir halt nicht mit dem Wischwoppen reinigen. Ja, ich meine, ich merke es hier auf dem Land. Wir sind hier wirklich mitten auf dem Land. Alles grünt und blüht. Ich habe zum Glück wenig Heuschnupfen und diese Pollenallergien. Aber wenn ich nach Bremen komme, merke ich an der Luft, dass der Staub eben in der Luft doch da ist. Mehr als hier. Sie können sich diese Landluft, können Sie sich hier nach Hause in die Wohnung holen? Man riecht, ja, ist ja wirklich so. Ich muss nur wegen dem Begriff Landluft. Ich bin ländlich aufgewachsen. Also wenn da jemand von Landluft gesprochen hat, hat immer der Nachbar gerade den Acker gedüngt. Also die Landluft will ich nicht zu Hause haben. Aber natürlich, ich weiß, was du meinst. Die natürliche Luft. Und die können Sie sich holen. Jetzt müssen Sie nur mal schauen. Hier für kleinere Räume, für mittelgroße Räume und hier noch der Luftentfeuchter. Ich glaube, ein Luftreiniger ist in vielen Haushalten genau das Richtige, was für mehr Lebensqualität sorgt, was eben sie tief einatmen lässt. Und Ingo hat ganz am Anfang so ein richtig schönes Beispiel gemacht. Das ist wie nach einem Gewitterregen, wenn man dann auf dem Balkon steht und tief Luft holt. Und diese Luft, die können Sie sich selber erzeugen. Nochmal für den Letzten die Bestellnummer. Das ist die NX3291 und die 569. Und für gerade mal knapp über 123 Euro schaffen Sie sich eben mehr Lebensqualität. Jetzt reagieren Sie, wenn Sie Heuschnupfenallergiker sind, hören Sie auf zu leiden, zumindest solange Sie zu Hause sind. Holen Sie sich einen Luftreiniger und dann wird zumindest in Ihren eigenen vier Wänden die Luftqualität erheblich verbessert.